Keine Gebührenerhöhung auf Ausweichplätzen für unsere Markthändler. Der allseits beliebte Wochenmarkt, der dienstags und freitags auf dem Marktplatz stattfindet, wird in der neuen Gebührenordnung mit einer Erhöhung bedacht. Das ist auf dem Markt bei steigenden Kosten zu verstehen. Zu vielfältigen Anlassen muss der Markt ausweichen auf Augustusplatz, Richard-Wagner-Platz oder sogar Leuchner-Platz. Das bringt erhebliche Umsatzeinbußen für unsere Markthändler mit sich. Dies sollte entgegengewirkt werden, indem auf den Ausweichquartieren die alte Gebühr bestehen bleibt und nur auf dem Markt die neue zur Wirkung kommt, um unsere Markthändler zu unterstützen, die vorwiegend heimische Produkte anbieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017